guten tag hier ist der guzor wieder jetzt mit dem lang erwarteten main account und es geht natürlich wieder um die queen in verbindung mit den heilern ja natürlich man braucht nicht mehr so viel das können wir uns natürlich klemmen klar wir sind aber keine clementine deswegen geht es gleich los ja 600 gems sind noch da ich hoffe dass jetzt morgen also in dem fall dann dienstag da noch welche dazukommen also ich habe wir über app bounty die 5500 credits voll das heißt ich hatte wieder 10 euro itunes gutschein den ich mir ja auszahlen lassen konnte und der kommt jetzt hoffentlich in den nächsten 24 stunden dann läuft das wenn ihr das auch machen wollt und da noch keinen plan davon habt das ist unten in der video beschreibung mit drin verlinkt da könnt ihr über ios oder android euch auch das runterladen und dann eben immer sobald ihr apps runterladet eben credits bekommen und dann hat man wie gesagt realistisch irgendwie einmal im monat einmal in zwei monaten ungefähr 10 euro itunes oder android google play karte so das wäre ich bin der meinung für android geht es mittlerweile auch schauen wir mal genug der werbung wir wollen ja was schaffen weil wie gesagt jeder sagt immer queen walk ist tot queen walk ist tot wir gucken mal ganz kurz rein und zwar verteidigungs log kriege ich richtig auf die fresse das heißt also meine base muss ich unbedingt unbedingt umstellen und jetzt gucken wir mal ich schaue mal gerade hier hatten wir einen und ich war wirklich echt abgelenkt dass ich jetzt wirklich mehrere hintereinander verkackt habe aber wie gesagt es ist ohne probleme weiterhin möglich und ich zeige euch jetzt auch wie es geht so klar wir müssen natürlich jemanden suchen der relativ viel loot hat 1,4 wären normalerweise zu wenig für mich gewesen aber ich würde fast habe ich meine der rest ist halt nichts aber der hat natürlich wiederum gut pokies dass ich von hier aus rein latsche aber 1,4 ne das ist mir echt zu wenig also ich sag mal so 2k sollten es halt doch sein 1,6 von hier aus ich bin immer noch ein bisschen wählerisch so ist es nicht hier haben wir 2,5 ein expo sogar leer die der fall relativ low gehalten auf jeden fall von hier aus rein oder von hier aus aber hier hätten wir nur zwei mauern die wir durchbrechen müssen deswegen gehen wir von hier aus rein also wie ich auch früher schon gesagt habe erst die queen setzen dann gucken wo sie hingeht ich haue hier schon mal meine vier heiler raus dann habe ich das schon mal fertig so ich brauche nicht irgendwie clearen hätte ich eh nicht machen können ich habe nur vier bogies so gucken wir mal jetzt kommt der minenwerfer gleich so und jetzt seht ihr schon die queen ist schon richtig die kriegt schon echt obwohl es nur drei verschiedene gebäude sind glaube ich wenn ich jetzt nicht ganz falsch gezählt habe kriegt sie trotzdem schon ganz schön auf dem lappen auf jeden fall muss man halt wirklich also mit einer kleineren queen wird es halt echt mittlerweile schwierig jetzt mache ich ablenkung mit dem king dass die queen halt wirklich ein bisschen aus der schussbahn genommen wird und schon klappt das so jetzt gucken wir mal hier dass wir hier ein bisschen vorankommen zack genau so jetzt sollte die jetzt muss ich den king ragen dass der sich hier ein bisschen nach vorne arbeitet holy moly hier kriegen wir gleich richtig attacke obwohl hat sich gut aufgeteilt hat sich sehr gut aufgeteilt und ich hau hier noch mal ein rage rauf äh ein rage genau noch mal ein gift spell ähm weil die queen halt ich will die ungerne schon den den normalen rage sozusagen verwenden so hier nochmal schön mauerbrecher action wenn ich sehe einer ist down gegangen einmal ein heiler dann kann ich natürlich gleich wieder den nächsten ran setzen dass sie von der masse her nicht auf auf weniger heiler kommt klar dann wird es natürlich schwierig so ich habe noch den rage alles easy jetzt müssen wir mal gucken dass wir hier aufpassen ich hau hier mal die bogeys noch raus ob sie jetzt reingeht oder ob sie die luftabwehr erst erst killen will ja ok sie will die luftabwehr killen und wie gesagt ich hebe mir wenn möglich die ability halt auf wirklich um auf alles gefasst zu sein wenn doch noch irgendwas kommen sollte ich guck mal was ich in der clanburg drin habe hier haue ich dann halt noch mal ein rage raus klar vier heiler und der rage ist natürlich nicht so viel wie zehn heiler und ein rage brauchen wir nicht drüber reden klar nice gemacht auf jeden fall ist es schön gerannt würde ich sagen sehr geil schöne abwechslung gut dass die cb so gelaufen ist aber ihr seht es selber es ist kein hexenwerk und jetzt kommt der knaller danach ich habe jetzt ein bisschen sehr mit mauerbrechern gespammt sonst hätte ich danach noch mal direkt einen angriff machen können und ja da sage ich queen walk lebt nicht mehr wtf ihr seht es hier selber es wird abgeliefert klar townhall 9 relativ low townhall 9 vollkommen richtig ja ist es aber fakt ist er geht noch fertig aus so jetzt gucken wir hier dass wir noch ein paar prozente machen weil ihr wisst ja selber jungs und mädels mittlerweile ist das halt wichtig und jetzt haue ich aber den rage raus jetzt ist mir das egal und zack reicht mir passt und ein einwandfreier queen walk klar war jetzt nicht auf dem townhall 10 oder townhall 11 aber die habe ich ja zuvor auch seltenst angegriffen alleine halt wegen dem inferno riesiger vorteil für den queen walk meiner meinung nach noch sind die 30 sekunden mehr zeit die ihr habt somit kommt man echt auch wenn die jetzt mal draußen herum rennt oder sowas kommt man echt gechillt noch mit zurecht von der zeit alles easy so gucken wir mal wir haben nur ein mauerbrecher das ist natürlich definitiv unzureichend so hier Gejammt egal was soll es ich meine dafür sind sie da wie gesagt und ähm ich habe gerade auf insta vor kurzem was gesehen mega geil wenn ihr barge ausbildet werden viele gesagt haben werden viele wissen naja klar machen wir doch schon die ganze zeit so beziehungsweise nach dem update mittlerweile könnt ihr halt dann drücken auf den barbar und auf den bogey dann gehen die natürlich beide zählen die zeitgleich hoch und ihr habt hälfte barhälfte barbaren hälfte bogeys drinnen bloß mal so also einmal darauf einmal darauf zeitgleich und einfach laufen lassen könnt ihr super super schnell barge ausbilden nur mal so nebenbei so jetzt gucken wir mal ob wir hier noch was spenden müssen geiles abo special ja auf jeden fall also wie gesagt da habe ich mich echt reingesetzt und einfach mal für euch was machen wollen und ja ich hoffe es wenn ich finde es natürlich mega geil wenn es euch gefällt ganz klar so jetzt will ich weitermachen mit meinen mauern aber zusätzlich halt auch auf jeden fall meine base umstellen das seht ihr im nächsten weil ich werde jetzt auf jeden fall noch im angriff tätigen wir haben wieder volle truppen klar ich habe jetzt gejammt die zehn jams da die ich da hatte die habe ich rausgauen wie gesagt den würde ich gerne angreifen aber wie gesagt das ist wirklich da muss ich ganz ehrlich sagen dass wir jetzt augen wischerei wenn ich jetzt sagen wir kommen hier den machen wir jetzt auch noch platt oder sowas nein hier könnten wir jetzt theoretisch sagen gut okay wir verwenden den queen walk um zumindest die beiden elix nicht elix sondern die beiden gold lager aber ich muss ganz ehrlich sagen das und das ist natürlich auch ziemlich geil aber man darf natürlich echt seine def nicht außer acht lassen also ich meine der hat hier den minenwerfer der mir total banane ist aber 1 2 3 mal einzeln schaden aber ich sage ich mache das trotzdem 1 2 3 4 so gucken wir wie kommen wir hin kommen wir gut hin oder nicht ich habe ja wie gesagt rage in der hinterhand ich habe noch ein paar bogeys zum ablenken gehen jetzt hier raus und Na ich hau mal in rage rein ich hau mal in rage rein wirklich das ist mir zu zu tricky ganz klar kein risiko eingehen und und gucken wir mal was passiert mal gucken was die cb sagt wer weiß was er in der cb hat und erstes lager ist down erstes gold lager Passt auf jeden fall so schauen wir mal Wo hier die mauerbrecher ob das ob das passt mit dem mauerbrecher hier zack 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 so king a sehr gut bei king würde ich gerne alleine kalt machen ganz genau king wird kalt gemacht easy aber wenn natürlich dann wirklich vier andere sachen auf den king mit mit auf die queen rauf ballern während der king da zum besten gibt jetzt rage ich weil ich das habe was ich haben wollte und Und jetzt probiere ich halt wirklich die queen noch in anführungsstrichen wieder zu retten rauszuholen Und na die zieht sich ganz schön weit rein mal gucken ob war damit glück haben Weil ich kann mir vorstellen dass er da jetzt richtig down geht Wir haben noch den freeze und es sind nur zwei expose momentan das passt Das passt die sind low das ist klar ja ich hätte gar nicht gedacht dass ich sogar noch gewinne und wir haben erst die hälfte der zeit Guckt mal leute jetzt der nächste expo geht da und wieder ein einzelschaden weg magiaturm vollkommen banane So jetzt muss ich aufpassen wegen der queen dass ich den free spell zumindest schon mal da habe ja ok ja die hätte mir definitiv definitiv die queen gekillt so Ich ich droppe die jetzt a ok schade queen geht down queen geht Ja ja queen geht down okay aber ihr habt es gesehen wie gesagt wirklich als Hier oben sagt man als buncher aber wirklich noch mal als Als oder in österreich als zucker Einfach noch mal dass ihr es halt seht es ist machbar ich hätte natürlich schon sagen können gut okay kommen ich habe das townhall ich gehe kein risiko mehr ein Dann hätte ich sogar noch gehabt Aber egal passt ist jetzt weg ist egal aber wie gesagt so sieht man halt Der queen walk geht noch einwandfrei ohne probleme Ohne wer weiß wie viel auszugeben und so weiter und so fort also das wollte ich euch einfach wirklich in der folge noch mal gezeigt haben Ich hoffe es hat euch gefallen wie gesagt ich feile weiterhin natürlich dran Und dann wird es natürlich weiter queen walk stuff geben kennt Da ja der guzua und queen walk das sind ja mittlerweile eine sache ich wünsche euch was und ihr haut rein Ciao ciao